Berufliche Umorientierung? Ein Wiedereinsteig oder eine Weiterentwicklung? Die Handelsschule der Klubschulmigrod macht es möglich. Es gibt einem mit einem schweizweit anerkannten Abschluss das Rüstzeug für eine erfolgreiche berufliche Zukunft in die Hand. Warum die Handelsschule? Das war einfach ganz einfach. Nach meinen 15 Jahren, als ich im Profifussball tätig war, aus dem Sport bekam, einfach ein bisschen dazu gezwungen. Ich wollte unbedingt einen Bürojob, ich wollte geregelte Arbeitszeit und die Handelsschule war das Beste, was ich aussuchen konnte. Ich habe im Büro gearbeitet, aber habe nie einen Abschluss gemacht in diesem Bereich und habe einfach gefunden, jetzt ist die Zeit, um nochmal etwas zu machen. Um dabei zu sein, braucht es gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, sicheres Tastatur schreiben und einen Zugriff auf Officeprogramm und Internet. Jeder, der hier im Büro etwas aufbauen will, ist das sicher der richtige Weg. Ich bin überglücklich, dass ich die Handelsschule machen und abschliessen durfte. Jetzt habe ich einen neuen Job gefunden, das ist immer das, was ich wollte. Ich habe das Gefühl, ich bin einfach sicherer geworden, weil ich weiss, ich habe das gelernt und man macht das auch. Sei es jetzt beim PC anwenden oder auch im Rechnungswesen. Jetzt weiss man, wieso es da so ist. Das gibt es einfach Sicherheit. Die Ausbildung funktioniert berussbegleitend. Sympathische Lehrkräfte bringen einem alles bei, was für eine kaufmännische Tätigkeit wichtig ist. Der Klassenverbund ist super. Wir haben es auch lesen miteinander. Es ist locker, es ist nicht so steif. Und dem Fall ist das Lernen eigentlich leicht. Die Lehrer waren top. Ich bin wieder einfach nach 15 Jahren, als man in die Schule ging, nur Sport gemacht hat, einfach auch wieder dazu begleitet worden, um das Hirn wieder einzuschalten. Nach dem Abschluss stehen eine Menge Türen offen. Die Klubschule Migros steht als Wegbegleiterin zur Seite. Mein ganzes Leben hat sich verändert und ich bin rundum zufrieden. Susanna hat ihren Traumjob im Büro gefunden. Der Baikal spielt dank der Handelsschule beruflich in einer anderen Liga. Priska profitiert von viel mehr Know-how und Sicherheit im Job. Setz auch du und deine beruflichen Träume in die Tatum mit der Handelsschule der Klubschule Migros.